Lesung aus dem Buch Aurelis Gedichte Poesie für die Seele Ein Sammelwerk mit 1024 Seiten des Dichters Aurelis Michael Briga, geboren 1962 in Deutschland. Für Wort In der Mitte des vorletzten Jahrhunderts lebte in der Nähe von Paris ein einflussreicher Mann, dessen Herkunft niemand kannte. Wie er nach Paris gekommen war, wusste niemand. Er verkehrte mit Königen wie mit Kardinälen, doch auch Lebenskünstler und Sinnsucher waren seine Gäste. Er lebte in einem Schloss, das er Angst für diese Zwecke erworben hatte und schien über unermessliche Reichtümer zu verfügen. Die Intelligenz Frankreichs suchte nach seinem Rat und sein Einfluss reichte bis an dem Königshof. Legenden zufolge soll er in Anwesenheit zuverlässiger Beobachter Wunder vollbracht haben. Unter Hinzuziehen einer geheimnisvollen Ich-Bin-Kraft. Eines Tages verschwand er spurlos. Noch heute erinnert dieser Ort an das Wirken jenes großen Geistes, den Grafen von Saint-Germain. Reisen wir in der Geschichte in die jüngere Vergangenheit. Zeitgleich mit dem Ende der letzten monarchischen Systeme entwickelte sich Europa nahezu unerkannt zu Hochburg moderner Spiritualität. Orientalisten wie westliche Systeme fanden in London, Paris und Wien eine neue spirituelle Heimat. Im Mittelpunkt all dessen stand unter anderem der Orden des Golden Dawn, der von einer Morgendämmerung eines neuen Zeitalters künden sollte. Drei Ansätze gab es, die die Menschheit in das 20. Jahrhundert tragen sollten. Der modernen Okkultismus in seinen Schattierungen von Helena Blavatsky bis Rudolf Steiner, die Entdeckung der Psychoanalyse durch Sigmund Freud und seine Nachfolger Jung und Adler, sowie eine dritte Bewegung, die in dieser Zeit entstand und deren Bedeutung über lange Zeit unterschätzt wurde. Die Ich-Bin-Bewegung In Amerika auch unter dem Namen I Am Movement bekannt. Im Kino lief einmal ein Film mit dem Titel Identität ist alles. Schon immer haben Lebenslehrer wie Ramana Maharshi verkündet, Dass es in jeder Lebenslage darauf ankommt, wer man ist. Die Brüder Grimm kleiden diese Wahrheit im Märchen, wenn sie den Zauberer im gestiefelten Kater sich permanent verwandeln lassen. Ja, wir selbst können, wenn wir bewusst träumen, im Traum jede beliebige Identität annehmen. Aber vielleicht ist diese Welt nichts anderes als ein großer Traum Gottes, indem wir uns durch Erinnerung an jene Ich-Bin-Gegenwart vom Unbewussten zum Bewussten Traumschöpfer verwandeln können. Wir halten uns für umherlaufende Körper. Aber das ist eine Illusion. Wer also bist du wirklich? So fragt Ramana Maharshi. Auf die Frage nach unserer wahren Identität gibt es in dieser Welt der Polarität zwei Antworten, die des Ostens lautet? Der Mensch ist reines Sein, Leere. Alles, was du glaubst zu sein, ist Maya, ist Illusion und bist du nicht. Im Einklang mit dieser Leere entstand der achtfache Weg des Buddha, der in der Hingabe und Auflösung des kleinen Ichs und damit all unsere Schmerzen und Leiden endet. Aber endet unsere Reise dort? Der Westen ist dabei, eine andere Antwort zu finden. Auf dem Weg zu dieser Antwort erfahren wir, dass auch die buddhistischen Forschungen sich einem Strukturwandel unterzogen haben, der die moderne Quantenphysik mit einbezieht, auf das wir uns selbst besser verstehen. So fand im Herbst des Jahres 2002 in München ein wegweisender Kongress unter dem Vorsitz des Dalai Lama statt. Der Titel war Einheit im Mieten der Dualität. Dort machten uns Quantenphysiker mit der verblüffenden Tatsache vertraut, dass feste Materie gar nicht existiert, sondern nur als Wahrscheinlichkeit von etwas. Und dass 99% von allem, was wir wahrnehmen, Leere ist, reiner Raum. Wissenschaftler wie Pop und Bishop dokumentierten, Und dass der Lebensgehalt der Nahrung, die wir zu uns nehmen, gar nicht in den Vitaminen etc. zu finden ist, sondern dass wir in erster Linie zwei Dinge während des Essens tagtäglich zu uns nehmen. Ordnung und Identität. Die Zeit schreit nach einer Erweiterung des gegenwärtigen Bewusstseins in jedem einzelnen Menschen. Mit dem derzeit vorhandenen Bewusstsein lassen sich die Probleme des Menschseins unserer Zeit nicht lösen. Die Lösung, die wir suchen, liegt jedoch nicht in einem fernen Utopia, sondern in jedem einzelnen Menschen selbst, in der Erweckung seines inneren Sternes, seiner wahren Stärke, der Ich-Bin-Gegenwart. Dies ist die Chance dieser Zeit. Der Graf von Saint-Germain wirkt heute noch, doch nicht als eine ferne Person, die irgendwo im Himalaya oder unerkannt an einem Königshof lebt. Er wirkt in jedem einzelnen Menschen, so wie alles, was jemals ist und war, potenziell in jedem vorhanden ist. Seine Hinterlassenschaft ist die einfachste und vielleicht doch anspruchsvollste Lehre der Welt. Einziges Thema seiner Lehre war und ist das Erwachen der göttlichen Gegenwart im einzelnen Menschen. Er setzt damit das Werk von Jesus Christus in der Tradition der Weltenlehrer fort. Und er gibt uns damit eine Lehre, die in allen Welten Bestand hat. Die Ich-Bin-Gegenwart ist ein Instrument, das jedem einzelnen Menschen ein Erlösungswerkzeug für seinen eigenen Weg anbietet. Es gestattet ihm, zu den Wurzeln seiner Tiefe herabzusteigen und aus ihnen genährt wieder hervorzukommen. Über das Instrument der Ich-Bin-Gegenwart ist es jedem einzelnen Menschen möglich, eine stimmige Haltung einzunehmen, die jede Form von Projektion oder äußeren Einfluss transzendieren kann. Schon immer war es so, dass große spirituelle Wegbereiter individuelle Wege gingen, die oftmals mit der Tradition brachen. Beispiele hierfür finden wir in dem Leben von Weltenlehrern wie Jesus, Buddha, Mohammed, aber auch von modernen, spirituellen Lehrern. Gleichzeitig gab es aber immer auch kollektive spirituelle Organisationsformen, die den Rahmen für das individuelle Erwachen bilden und bilden müssen, weil sie einen Nährboden für die eine universelle Wahrheit bieten, aus der erst Individualität erwachsen kann. Hier sei beispielhaft erwähnt das Wirken von Bruno Gröning oder von Sai Baba, das Gayatri-Mantra, ebenso das Tao de Qing wenn gleich Lao Tzu selber eher revolutionär angehaucht war. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Sai Baba Die Besonderheit dieser Zeit liegt in der Ausprägung des individuellen Bewusstseins, das der spirituelle Adept der modernen Gleichmacherei entgegensetzt. Dies aber auf der Basis der einen universellen und seit jeher bestehenden Wahrheit. Beispiele dafür finden sich im Human Potential Movement, der Astromedizin und der Hämopathie, die allesamt zutiefst individuell sind. Die Besonderheit, die wir im Erwachen der Ich-Bin-Gegenwart finden, liegt darin, dass sie den individuellen Weg zur Selbstfindung unterstützt. Die Schönheit der Schöpfung liegt in der Unterschiedlichkeit ihrer Ausdrucksform, eingebettet in ein größeres Ganzes, von dem sich alles als ein Bestandteil von allem erlebt. Diese zu feiern ist Bestandteil des goldenen Zeitalters, zu dem wir durchbrechen werden. Das Instrument der Ich-Bin-Gegenwart vollzieht, wie wir noch sehen werden, die Brückenbildung zwischen der Freiheit, des individuellen Selbst und des Eingebundenseins in das kollektive Bewusstsein, die wir in dieser Zeit benötigen. Quantenphysik und Mystik geben sich in diesem Auftrag zukunftsweisend die Hand. So, wie wir zwei Hirnhälften haben, gibt es seit Alters her, außer dem Weg der spirituellen Wissenschaft, einen zweiten Weg zu Gott, den der erhabenen Kunst. Davon zeugten seit jeher die Werke großer Geister. In dem Zusammenhang soll beispielhaft William Shakespeare erwähnt werden, der als Vorreiter seiner Zeit die Mystik fein, elegant und vor allem ohne erhobenen Zeigefinger in Worte zu kleiden vermochte. Dort, wo Goethe eher derb, fast sogar vulgär, in der Beschreibung des Sinnlichen stecken bleibt, vollzieht sich bei Shakespeare der Übergang vom Sinnlichen zum Übersinnlichen wesentlich zarter, fast mühelos. Denken wir nur an seinen Midsommernachtstraum, wo Goethe stark von Gönnern, Zeitgeist und Vergangenheit, also der Jenseitschau des Emanuel Swedenborg, mitgeprägt wurde, ruft Shakespeare als einsamer Stern seiner Zeit aus zu uns. Sein Ruf kommt nicht aus der Vergangenheit. Shakespeare ruft aus unserer Zukunft. Hier finden wir einen Freigeist, der ermuntert, nicht mahnt, erinnert, nicht dogmatisiert. Ein Geist, der in seiner Freiheitlichkeit an den Grafen von Saint-Germain erinnert. Einen literarischen Leckerbissen davon finden wir in seinen Sonetten. Leider sind jene im deutschsprachigen Raum viel zu wenig bekannt und werden kaum in deutschen Schulen gelehrt. Wir wissen gar nicht, welche geistigen Schätze wir zu uns nehmen könnten, wenn wir statt des alltäglichen Fernsehkonsums ein Sonett von Shakespeare uns schokoladengleich auf der geistigen Zunge zergehen ließen. Doch es gibt ungeachtet aller Konsumwut noch alternative und erstrebenswerte Vorbilder für Sinn, Sinnen erfülltes, der Dichtkunst gewidmetes Leben. So zum Beispiel Michael Breger mehr unter seinem Dichternamen Aurelis bekannt, der seit seinem 16. Lebensjahr die Schriften des Grafen von Saint-Germain studierte und ab seinem 33. Lebensjahr die Sonette von Shakespeare, um in eine hintergründige Wahrheit einzutauchen. Mehr und mehr beschäftigten Aurelis zudem innere und äußere Schöpfungsbilder. Bisher eines Tages begann, geschaute Kunstwerke zu verdichten. So entstanden auf diesem Wege Lyrikbücher wie Perlen des Lichts und vom Zauber der Natur und letztendlich dieses nun vorliegende Werk. Als Beispiel für die Tiefe und den umfassenden Sinngehalt der Verse von Aurelis soll uns das nachfolgende Sonett dienen. Nr. 107 Manuskript-Version 1998 Göttliche Gegenwart Ich bin In dir gestaltet sich alle Fülle Tief in dir stehen wir seit Urbeginn Dein Wille war unser erster Wille Nun lass uns wie einst unumschränkt gestatten dass deine Liebe Gestaltung fände dass jedes Saatgut von dir gelenkt erblühe und sich wieder zu dir wende Preis und Dank deiner Allkraft schaffende Vollendung aufzunehmen durch deine universelle Herrschaft alles was dir nicht gleich nun abzulehnen Großes Ich bin in jeder Gestalt Vollende was von Anfang deiner Liebe galt Kleines Sonnett 94 Sieh wie Gottes Licht all spiegelt es bildet Denken in und um dich von Schönheit Scham denn so beflügelt erschafft es Spielraum dir freifreudig Verlockt es und bezaubert eilig dich weil du der Puls darin so selbst betört wirst du lebendig erbaust am Sein für dein ich bin was immer du auf Erden lebst beseelt von ihm so ist es für ihn selbst all die Sünden die du triebst in Gottes Herzen sind verziehen all das was dir verborgen war es liegt in ihm und macht dich wahr Sonett 82 das Licht der Sonne nährt uns alle ob gut ob bös es urteilt nicht der Mensch jedoch spuckt Gift und Galle der kleinste Gras strebt zum Licht du gibst uns Leben reiches Walten aus dir strömt alles wahre Sein der Mensch grenzt ab um zu erhalten für sich allein kann er nichts sein bis auch die dunklen Kräfte drängen ihr Licht inwendig zu befreien der Wurzel gleich den Fell zu sprengen im Licht der Sonne zu gedeihen erst bis wir dich im Feind gefunden wer jede Trennung überwunden Sonett 81 zu hoch zu heiß steht deine Sonn was was hilft was hilft ein Himmel der mich blendet zu hell für jeden Schattenbrunn der Höhlenlicht und Kühle spendet geformt aus tausend Sonnenfunken so tanzt die Seele mit Lichtschwingen sie tanzt im Licht vom Licht getrunken und wird so und wird so gerne zu uns dringen mein Auge gewöhnt ans Dämmerlicht hat Seelensicht zu oft verloren vertraut vertraut den Schattenzügen schlicht sucht Sicht erstarrt und eingefroren so wie es näst wird es entgiftet und zeigt den Quell der Leben stiftet Frühling alles drängt nach Sonnenlicht Neues Leben Jung zu künden Er strebt nach oben treibt er nicht Milliardenformen neu zu binden Natur ist groß geplant vollendet sie möchte wachsen frisch austreiben zu neuem Leben ausgesendet Trieb Jung will sie Geschichte schreiben er liebt und sprüht vor Zeugungskraft kein Grund zu klein kein Ort zu fern er springt den Stein aus Felsen rafft sich selbst der kleinste Blütenstern so wie die Blüte bezaubernd schön so reich wird auch die Frucht gesehen Sommer Sommer lang die Tage kurz die Nächte Das Werk wächst fort, auch ungesehen Als ob es schnelleres Wachstum brächte Zum Weilen scheint es ausersehen Denn selbst Erholung wünscht Geduld Im Urlaub scheint der Mensch zu eilen Vergisst zu ruhen Vor Ungeduld in Sonnenbädern zu verweilen Füg ruhig hinzu, der Schnörkel ziehe Zeit noch für Veredelungszüge Sommerfarben glühen dir Das Urbild zeigt der schönen Züge So lass es reifen, gib es frei Nur lass es los, damit's gedeih Herbst Die Blätter tragen erstes Gold Noch wärmt der Wind Lässt Wünsche winken Sie süßen noch und fruchten hold Bis sie reifschwer zur Erde sinken So schwelgt es Traut, schon fast beendet Umspielt vor mildem Abendlichte Das Werk, es reift, schon fast vollendet Verklärt verblühende Geschichte So wünscht der Mensch den Herbst nun zu sich Jetzt sein erbrachtes Werk zu feiern Zufriedenheit krönt farbenfröhlich Dem Herbst zum König aller Feiern Denn alles mündet in sein goldenes Herz So reich im Golde Badet nur der Herbst Winter Natur schläft Still im weißen Kleide Lässt Leben eingefroren zurück Es schläft sich jung in weißer Seide Geborgen glüht jetzt inneres Glück Sie wahrt ihr Bild Im Eiskristall Entrückt In eine Anderswelt Liebt Leben fort Ohne Zerfall Und liebt dem Eistraum Zugesellt Sie blickt ins Spiegellabyrinth So bleibt die Zeit der Innenschau Kristallisiert und eisverblümt Da schmilzt es heiß im Frühlingstau Der Winter schätzt ein ewiges Leben Im Frühling wird's dir neu gegeben Sonett 48 Du prallst mit deinen Ehrungen Bis die ach so verhasste Zeit Mit Recht und Schlecht gelungenem Noch bürgelt deiner Eitelkeit Denn zeitlos erst Trifft sie sich selbst Im Jetzt ist schon geboren Was du in weite Ferne hältst Verlangend hast verloren So zweifel nichts am Weltgeschehen Gib dich dem Einen in dir hin Und bleib bei dir Ihn jetzt zu sehen In deinem Herzen Lebt dein Ich Bin Er vollendet Schönheit wert Wo deine Liebe ihn erfährt An die Zeit Bist du noch immer Dehmbare Fessel der Menschheit Nimmst hinweg Nimmst hinweg Was du zu geben versprichst Schenkst höchstes Gut Die Jugend Jedoch dein Freund Bleibt treu der Tod Je tiefgründiger ich dich vermesse Je schöner ich dich gestalte Desto schneller drehen sich die Finger Deine deiner Uhren Lobpreisung meiner Freude Errungenschaften der Forschung Alles belächelst du Mit falschem Schwur Dass nichts mehr bleibt Als meiner Nachkommen Erbe nur Dürf dich nur im Nachahmen Doch auch am Ihren Leben Nagst du unerbittlich Sekunde um Sekunde Atemzug um Atemzug Leben Welch Leben Jedes Leben Das in dir gefristet Scheint vergänglich nur Und Zeit verweist Damit sie Glück gewinnen Nimmst du dreifach zurück Vergangene Liebe Verzinnst du mit Verlust Gegenwärtige Freude Lässt du verrinnen Erwachene Zukunft Derbt jetzt fern Umgreifbar schier Scheint uns bleibendes Glück Zeit Du bist es Die Bewegung und Leben Misst und stundet Deshalb liebst du jene Die erfolgreich sind Ohne dich zu messen Die sich erneuern Ohne die Zukunft zu verträumen Die sich erinnern Ohne am Vergangenen zu zweifeln Zeit Du liebst jene Die selbst das Zeitmaß Deiner Illusion Nicht achten Und so Dich deiner selbst Entzeiten Die dich Verführerin Zeitlos genießen Ohne je Für deine Liebesdienste Zu zahlen Wahrlich Unsterblich Sind jene Die Vergangenheit Und Zukunft Deine dir gleichenden Treulosen Schwestern Im ewigen Im ewigen Jetzt Nur lieben Suchen Und zu begehren Trachten In deinem Ruhenden Pool Zentriert Im Zenit Höherer Dimension Entfalten Entfalten die Erhabenen Unermesslich Liebend Gottes ewiges Leben Ohne dass du noch Anrecht auf ihr Leben wehnen könntest Zeitlos sind sie erst unsterbliche Götter geworden Aus dem zeitlosen Urgrund wurdest auch du o zeit geboren Gedichte Sonne Wer zieht am Himmel weiß und golden Wer lacht so trunken durch die Wolken Wer lockt die Gnade höchster Kunst Wer lädt die Güte edler Gunst Du weckst uns auf vom lichten Trunken Entlockst der Schöpfung tausend Funken Entlockst auch uns viel tausend Funken sie sind dir gleich nur Traum versunken Doch wollen sie einst in dir verglühen Im Sonnenlicht der Liebe blühen Ich bin in einem der Steine die sich am Ufer rollend zu Mustern streuen Ich bin hier und ich bin dort Siehst du mich hier in diesem Stein? Siehst du mein Goldschimmer das Herz Nun blicke dort auf meinen Bruder Er bis zur Hälfte nur im Wasserwald Friert er in der Kühle des eiskalten Wassers? Nein Er badet in funkelnden Wasserlichtern die über ihm heiß flierend doch unter ihm sich kalt im Wasser spiegel eins im Herzschlag meiner Umgebung im Licht meiner Mitte badend Eistropfen Bist du leichtfüßig genug um gemeinsam in meinen Tautropfen zu fallen? Kannst du dir ein Plätzchen suchen in einem meiner Eissapfen ohne wieder abzurutschen? Kannst du die Kälte so lieben dass sie dich durch sie zu betrachtbarer Schönheit formt? Siehe dies ist mein Wesen Losgelöst schwebend bin ich bei dir hingeschmolzen in deine Flut verspüre ich nichts als die Freiheit deiner Verklärung sie sie fühlst du meinen Atem im stillschaukelnden Meer fühlst du die Bewegung im Wind siehst du mich im Felsen wie ich blank meine Erzrüstung Himmel und Meer zum Gruße biete siehst du mich stehen am Gipfel des Berges meine Hände zum Segen erhoben wandelnd das Meer und die Wolken siehst du mich in den Strahlen der Sonne verströmner Liebeskraft und Verbundenheit sieh mein Licht am Horizont empfängst du es in deinen Gedanken bin ich in deinen Gedanken lieben es deine Gefühle bin ich in deinen Gefühlen wandelt dein Kleid im Abendlicht nimmt es mich auf ich bin in dir doch du hast meinem Licht neue Stimmen gegeben am wegrand wieder gehe ich auf deinem wehren Manchmal scheinen mir die Silhouetten der Bergrücken näher zu sein als die Steine meines Weges. Doch erst die Steine bilden den Weg zu Dir. Ohne sie könnte ich Dir am Wegrand nicht begegnen. Am Ufer Ohne mein Ufer wäre der See nicht. Ohne den See fände sich kein Ufer. Innerhalb der Grenzen wirst Du mich grenzenlos finden. Doch könnte ich ohne Dich sein? Spiegel meiner Träume Sieh das Bild im stillen See. Wer ist ohne Bäume? Wäre der Wolkenglanz im See ohne Himmelsträume? Sehe Dich im Wasserspiegel. Wäre Dein Bildnis ohne Dich? Könntest Du auf Wellenhügel Dich auch spiegeln ohne mich? Du bist wie das Bild im See. Spiegelst meine Träume. Wer ist ohne Dich? Du bist der Moment in der Zeit. Untertitelung. BR 2018